Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Kaum sind die Chinesen aus ihren Feierlichkeiten zur Jahreswende in China zurück und schon geht es wieder ein bisschen nach oben mit dem Goldpreis, zumindest ein klein bisschen. Also heute Morgen hat es schon ein bisschen besser ausgesehen, aber mittlerweile schon wieder einiges von den Gewinnen abgegeben. Ich glaube wir waren über zehn Dollar im Plus gewesen. Mittlerweile sind es glaube ich noch sechs Dollar gewesen, zumindest als ich hier in den Raum betreten bin. Das Zeichnen an der Wand geht nicht. Das ist für Sie wahrscheinlich auch nicht so überraschend. Der Goldpreis pendelt nach wie vor um die Marke von 1.200. Wir hätten hier vielleicht eine ganz gute Unterstützung noch im Markt. Die 11,90 als Unterstützung haben wir jetzt gleich zweimal gehalten. Ein bisschen überraschend vielleicht gestern die Rede der US-Notenbankchefin Jelen, die so gesagt hat, okay, wir denken nicht über eine rasche Zinserhöhung nach eigentlich. Hätte das den Goldpreisauftrieb geben müssen, rein aus fundamentaler Sicht. Sie wissen ja, steigende Zinsen sind so ein Schreckgespenst für den Goldpreis, weil das ist ja so ein bisschen so, man sagt immer, Gold zahlt keine Zinsen, aber dann hat man immer sagen können, Bargeld ja auch nicht im Moment. Jetzt so eine Zinserhöhung wäre natürlich eigentlich schlecht für den Goldpreis, wenngleich wir auch wissen, dass es in der Vergangenheit schon einen Zyklus gegeben hat, so Mitte der 2000er, wo wir steigende Zinsen hatten und einen steigenden Goldpreis. Also lange Rede, kurzer Sinn. Janet Jelen hat sich gestern zu Wort gemeldet und hat gesagt, okay, wir wollen da momentan keine schnelle Zinsanhebung machen und das heißt, man will erst mal das Wort Geduld aus dem Kontext streichen und dann vielleicht irgendwann später eine Zinsanhebung machen. Eigentlich hätte es den Goldpreis beflügeln müssen, tat es aber nicht. Also wie gesagt, momentan sehr, sehr lethargisch die ganze Geschichte. Alles pendelt so ein bisschen um die Marke von 1200 Dollar. Beim Silber sieht es im Prinzip ähnlich aus. Auch der Silberpreis pendelt momentan so ein bisschen vor sich hin, so ein bisschen unentschlossen um die Marke von 16 Dollar und 50 Cent herum. Alles nichts Dramatisches, aber Sie haben wahrscheinlich gesehen, sowohl beim Gold als auch beim Silber liegen wir weiterhin unter der Marke beziehungsweise unter der 200-Tage-Linie, die wir hier eingezeichnet haben, die gelbe Linie bei beiden. Bei Gold haben wir schon mal drüber gespitzt, bei Silber sind wir genau abgeprallt, also alles charttechnisch, so ein bisschen momentan im Niemandsland. Der Ausbruch nach oben dürfte sehr, sehr schwierig werden. Aber, nun ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also momentan so ein bisschen richtungslos das Ganze. Aber Richtung hat es sehr wohlgegeben und zwar bei Einzelaktien. Wir müssen kurz reden über den weltgrößten Goldproduzenten. Zumindest denke ich, dass es der Chart ist, der als nächstes kommt. Richtig. Und zwar über Barrick Gold. Barrick Gold, das letzte Mal habe ich gesagt, Lumbana-Mine in Sambia, die Kupfermine. Es gab Streiks, 2000 Arbeiter haben die Arbeit niedergelegt. Warum? Naja, Barrick hat gesagt, wir werden die Mine dicht machen. Das war ein einfacher Grund, weil die Royalty, also die Abgaben auf Bergwerksbau in Sambia sollten ganz beträchtlich steigen, insbesondere beim Tagbau, wo eben die Lumbana-Mine im Tagbau betrieben wird. Naja, dann haben die Arbeiter den Streik niedergelegt und haben gesagt, wir wollen gerne wissen, was wird aus unserer Zukunft, wenn das Werk dicht macht, wenn die Mine dicht macht. Da hat sich die Regierung zu Wort gemeldet und hat gesagt, auch wenn das Werk dicht macht, ihr behaltet eure Jobs, was man so viel heißt wie, ja, die Mine wird vielleicht dann als staatliche Mine weiterbetrieben. Ich bin der Meinung, es deutet sehr viel darauf hin, dass man sich einigt, vielleicht sogar in letzter Minute sich einigt, dass die Royalty nicht so stark angehoben wird, wie wir vielleicht gedacht, vielleicht ein klein bisschen einfach, um auch ein paar Staatseinnahmen zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass es sich Sambia leisten kann, 2000 Arbeiter einfach so in die Arbeitslosigkeit zu entlassen. Noch dazu, wenn man das Versprechen gegeben hat, dass es nicht passiert. Ich denke, hier steht eine Einigung im Raum. Was haben wir noch? Newman Mining. Und zwar habe ich Newman Mining aus einem ganz einfachen Grund dabei. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie ein Chart auch aussehen kann. Also Newman Mining war so ein bisschen die vernachlässigte Aktie. Sie wissen vielleicht, es gab so ein bisschen Fusionsgerüchte zwischen Barrick Gold und Newman Mining. Da hat man sich in den letzten zehn Jahren ein paar Mal angenähert und jedes Mal wurde das Ganze wieder zu den Akten gelegt. Jetzt mit der neuen Führung bei Barrick, naja, man könnte so überlegen, vielleicht könnte da wieder so ein bisschen eine Annäherung stattfinden. Aber Newman schafft es auch ganz gut aus eigener Kraft. Also man hat jetzt mit den Zahlen, das war dieser letzte Anstieg, wo alle Aktien so ein bisschen, so die Goldaktien so mit dem Goldpreis ein bisschen geprökelt sind, hat Newman Mining die andere Richtung eingeschlagen. Warum? Man hat ergebnisseitig überrascht. Man hat ein sehr gutes Ergebnis vorgelegt. Also EPS über den Erweiterungen gewesen. Warum? Man kommt eigentlich mit den Kostensenkungsprogrammen wesentlich schneller voran als gedacht. Die Kosten lagen es unter den eigenen Prognosen. Man liegt ungefähr bei 1.002 oder 1.003. Da lagen Sie mich nicht fest. Dollar je Unse kommt, glaube ich, auch auf den einzelnen Dollar jetzt nicht an. Und da schaffen wir es eben auch in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld für Goldproduzenten nach wie vor Gewinne zu erwirtschaften. Man wird vielleicht auch noch den einen oder anderen Anteilsverkauf vornehmen, um noch ein bisschen die Schulden zu reduzieren, um das Finanzergebnis noch ein bisschen zu drücken. Außerdem Newman profitiert natürlich auch vom, im Verhältnis zum US-Dollar, schwachen australischen Dollar, weil man, ich glaube, vier oder fünf australische Minen hat. Dort natürlich die Arbeit in australischen Dollar bezahlt, aber den Gold sehr wohl auch in US-Dollar verkaufen kann dann. Also Newman Mining schaut sehr, sehr gut aus. Zwölf Monats hoch die Aktie, da kann man eigentlich nicht meckern. Das ist eine Aktie, die Sie sich durchaus mal genauer anschauen können, wenn Sie sagen, ja, das ist so eine prozügliche Geschichte, ich spiele diesen Ausbruch jetzt. Ich glaube, Newman ist nicht die verkehrteste Wahl, zumal ich glaube, bei einer möglichen Fusion würde Newman als Sieger hervorgehen, bei Newman Barrick. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts Aktuelles, das ist einfach mal nur so ein Gedankenspiel. Was haben wir noch? Ja, eine Frage von Franz per E-Mail gekommen, was halten Sie von GoldSource Mainz? Jetzt gehen wir mal nach Südamerika und zwar nach Guyana. Und ich sage das deshalb, weil die nächste Aktie auch in diesem Gebiet beheimatet ist. Also GoldSource Mainz hat ein Goldprojekt in Guyana. Man möchte in der zweiten Halbjahr mit der Produktion starten. Das Problem, für was ich ein bisschen sehe, man hat momentan lediglich 188.000 Unzen Gold nachgewiesen im Boden. Die Operating Cash-Kosts wären sehr, sehr günstig. Also nach der PEA, nach der Studie, die All-Insustaining kostet ungefähr bei 650 Dollar. Ich glaube, das Unternehmen hat ein bisschen weniger angegeben. Ich habe ein bisschen gerechnet. Ich komme auf 650. Recovery Rate ist sehr, sehr niedrig mit 60 Prozent. Warum? Man möchte das Gold aus dem übrigen Gestein ohne Einsatz oder größtenteils ohne Einsatz von Chemikalien drin. Man möchte es vor allem mit Gravitationsverfahren machen, also mit einer Zentrifuge. Da geht natürlich wesentlich mehr Gold verloren, als wenn man es rauslöst auf chemischem Weg. Also, was halte ich von dem Projekt? Das ist so ein Projekt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, um das wirklich zu beurteilen, müsste man es sehen. Das Problem ist nämlich, gibt es da eine Infrastruktur? Also Guyana, müssen Sie sich vorstellen, ist übrigens eine ehemalige britische Kolonie. Also man spricht dort Englisch. Die Bürokratie ist wohl so, dass man damit leben kann. Es ist halt Regenwald. Auch das muss man sich vor Augen führen. Das Projekt müsste man sehen. Und zwar sagt das Unternehmen selbst, ja, bei uns gibt es eine Straße dahin. Jetzt habe ich Bilder gesehen. Wenn das die Straße ist, die auf den Bildern abgebildet worden ist, dann muss ich sagen, selbst wenn Sie bei uns irgendwo denken, da geht es nicht mehr weiter, ist die Straße noch besser. Also da brauchen Sie dann schon irgendwie Allradfahrzeuge, dass sie weiterkommen. Ob da wirklich mit LKWs großartig was wegtransportiert werden kann, wage ich zu bezweifeln. Aber wie gesagt, das müsste man sehen. Das müsste man sich vor Ort anschauen. Es ist ein bisschen schwierig, einfach mal so einen Flug nach Guyana zu buchen, um sich Goldshaus Mainz anzuschauen. Also, ja, wenn Sie die Aktie im Depot haben, spekulieren Sie darauf, dass der Produktionsstaat gelingt. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Spekulieren Sie darauf, dass das Explorationspotenzial vorhanden ist, dass das Minenleben, das glaube ich momentan bei vier Jahren liegt, wesentlich länger ist. Dann verlohnt sich auch die Investition, wird ja auch die Kosten nochmal zusätzlich senken. Ich würde sie nicht unbedingt kaufen, weil ich glaube, die bessere Aktie ist diese hier. Und zwar von Niklas, was halten Sie von der Story von Guyana Goldfields? Und Guyana Goldfields, habe ich übrigens vorhin Guyana gesagt? Ja, ich glaube schon. Guyana Goldfields ist meines Erachtens die wesentlich bessere Aktie. Was ist Guyana Goldfields? Ebenfalls. In Guyana, Beheimanatet, ist, wie schon gesagt, eine britische Kolonie. Man wird ebenfalls Mitte 2015 in Produktion gehen. Man möchte jährlich 194.000 Unsen Gold produzieren zu All-in-Sustaining-Cost, zu 650 Dollar je Unsen. Man hat zwei unterschiedliche Minenpläne. Der eine sieht vor, dass man 13 Jahre abbaut und zwar nur im Tagbau. Dann würden die Kosten wahrscheinlich nochmal ein bisschen nach unten gehen. Und der andere Plan sieht vor, dass man die ersten Jahre im Tagbau abbaut und dann ins Untertage geht. Da würden die Kosten etwas höher sein, würden aber das Minenleben auf 19 Jahre verlängern. Minenleben ist ein spannendes Stichwort, 17 Jahre, Entschuldigung. Minenleben ist ein spannendes Stichwort, ist ganz schön schwierig. Und zwar Explorationspotenzial ist jede Menge vorhanden. Ich glaube, wenn man Explorationspotenzial ausschöpft, wenn man nebendran Entdeckungen macht, dann wird man das Ganze im Tagbau betreiben, um eben die Kosten niedrig zu halten und wird sich aufs nächste Projekt stützen. Nochmal, High Risk, weil Guyana, Regenwald. Das heißt, hier kann es mal zu Überschwemmungen kommen. Hier kann es mal sein, dass Straßen unbasierbar werden. Hier kann es mal sein, dass Flüsse über die Ufer treten. All das kann passieren. Aber ich glaube, das ist ein Projekt, das man sich genauer anschauen kann. Und wenn Sie mutig sind, wenn Sie mutig sind und sagen, okay, das ist so ein High Risk Projekt, das mische ich mir mal ins Portfolio bei. Ich glaube, das kann man bei der Aktie durchaus machen. Schauen wir mal ganz kurz einen Blick auf den Chart. Natürlich hat auch die Aktie schon bessere Zeiten gesehen, aber sie sieht chartmäßig gar nicht so schlecht aus. Also nochmal, Guyana, Goldfields, nicht gleich alles Ersparte reinsetzen, aber so kleine Depotbeimischungen, streng limitiert kaufen, weil der Handel in Deutschland recht eng ist, kann durchaus nicht schaden. Was haben wir noch? Was halten Sie von Millennium Minerals, Franco Nevada und Randgold Resources? Okay, Millennium Minerals, Goldproduzent in Westafrika, äh, Westaustralien, nicht Westafrika. Ungefähr 18.000 Unzen pro Quartal. Man hat sehr hohe Schulden, 32 Millionen Dollar. Man hat vom größten und großen Aktionär, IMC, hat man jetzt wieder eine Finanzspritze bekommen. Man arbeitet defizitär, glaube ich, auf dem aktuellen Niveau. Man hat ungefähr 1.400 australische Dollar Produktionskosten. Also all in sustaining costs. Das ist sehr, sehr viel. Um es kurz zu machen, Millennium Minerals, hoch spekulativ, meines Erachtens zu spekulativ. Man ist abhängig von IMC, die werden wahrscheinlich nochmal neues Geld ins Unternehmen pumpen müssen. Die haben schon zig Millionen reingepumpt. Ich glaube, wenn IMC irgendwann mal sagt, wir pumpen kein neues Geld mehr rein, dann ist der Ofen aus bei Millennium Minerals. Also hoch spekulativ, man kann sie halten. Aber ganz ehrlich, ich würde keinen Neueinstieg machen, mir ist die Story ein bisschen zu heiß. Wenn Sie auf den Chart schauen, sehen Sie auch, was ich meine. Aktie ganz, ganz deutlich unter Druck. Bei 3 Cent mittlerweile oder 0,26 Cent sogar. Randgold-Ressources. Randgold-Ressources, südafrikanischer Goldproduzent, wissen Sie, glaube ich, die höchsten Produkte erhält, die höchsten Ressourcen überhaupt. Ich glaube, Randgold-Ressources ist eines der bestgeführten Unternehmen überhaupt momentan auf dem Goldmarkt. Meines Erachtens. Die Aktie ist nicht mehr ganz billig. Ich würde sagen, bei der Dip, also wenn es einen Kursrücksetzer gibt, kann man sich da einige Stücke ins Depot legen. Und jetzt habe ich noch den 3-Jahres-Chall von Franco Nevada dabei. Franco Nevada wissen Sie wahrscheinlich, eine Streaming-Gesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft, die selbst keine Minen betreibt, sondern eben die Produktion anderer Minen abnimmt. Und dann vorher schon Geld gibt, um eben die Minen zu entwickeln. Die Aktie sehr, sehr nahe am Hoch, auf den 3-Jahres-Hoch. Ich finde sie spannend, auch Dividenden-Rentite spannend. Legen Sie sich ein paar Stücke ins Depot, lassen Sie sie mal liegen. Das Management macht wirklich einen guten Job. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angegangen. First Majestic Silver hätte ich noch dabei, auch sehr, sehr spannender Wert. Bringe ich am nächsten Montag wieder mit. Wenn Sie möchten, schalten Sie wieder ein, 15 Uhr. Und bis dorthin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.